Weit entfernt, im hohen Norden, gab es einst einen verzauberten Wald. Du warst mal in einem Zauberwald? Ja, es war magisch, aber es gab dort eine brutale Schlacht. Der Kampf erzürnte die Geister des Waldes. Niemand durfte hinein und niemand kam seither heraus. Wow, Papa, das war so aufregend. Was würde ich nur ohne dich machen? Ich bin immer für dich da. Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Drauf zu den Klippen! Ich fliege, wer? Ich hab dich! Das Königreich ist nicht sicher. Finde heraus, wer dich ruft. Dann bekommst du deine Antwort. Ich begleite dich. Anna, nein. Entschuldige, aber ich hab das höchste Gebirge überquert, ein gefrorenes Herz überlebt und dich von meinem Ex-Freund gerettet. Also, du weißt schon, ich komm mit. Das ist normal. Wo sind wir? Wie seid ihr in den Wald gekommen? Der Nebel hat sich für uns geöffnet. Unmöglich! Wo hast du zaubern gelernt? Elza, komm sofort da raus! Lauf mir nie wieder ins Feuer nach. Dann lauf nie wieder ins Feuer! Magie hat eine verführerische Macht. Ohne dich verliert sie sich vielleicht darin. Beschützt Arendelle mit eurem Leben. Ich glaube fest an dich, Elza. Egal, was passiert. Die Eiskönigin 2 Kurze Frage. Wird dieses Wir-begeben-uns-in-Lebens-gefahr-Ding jetzt zur Gewohnheit? Gezin! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!